Der 503 bleibt in der Bedienung absolut gleich. Fest verbaut sind jetzt allerdings Lüfter. Apropos fest verbaut, er hat jetzt auch anständige Gummifüße. Die Lüfter sind natürlich schaltbar. Ich würde die allerdings die ganze Zeit mitlaufen lassen. Wie man hört, sind sie recht leise. Bei FM Dauerbetrieb empfiehlt es sich vielleicht etwas aufzudrehen. Das geht stufenlos bis hin zum Lautbläser. Aber in der Regel dürfte ein bisschen Kühlung vollkommen ausreichend sein.